Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen See you later Alter, habt ihr mich so die große Schnauze, du Ratten? Ich frag mich grad, was dann auf Wiedersehen eine große Schnauze ist, aber... Nein, nein, Conny Du willst auch, wie wenn ihr eine Star in dem Video ruht Oh, oh, Mischi Das ist nur eine gute Schnauze Das hat er seine Freunde geholt, Junge Oh, Mischi Oh, Mischi Doch es gibt auch die, die nichts aufbauen Nichts erschaffen Aber wir sind nicht allein Ein paar Mutige haben geschworen, uns und was übrig ist zu beschützen Sie einen uns Sie erinnern uns daran, dass wir ein Volk sind Sie sind unser Schild Unser Licht Aber wenn dieses Licht erlischt Wer kann uns dann noch retten? Zulappen, Alter Zulappen, Alter Bruder! Nein! Zulappen, Alter Der war gut Ey, du Pustlappen Pustlappen? Ja, die kommen raus Stürmerdrohne entdeckt Stürmerdrohne entdeckt Feindliche Stürmerdrohne entdeckt Sechster Stürmerdrohne Sechster Stürmerdrohne Die Pack habe ich reingemacht Ah ja, okay Wir gehen jetzt Nicht, dass das auch einer Ja, das ist der, der da unten Oh Oh, was hat der denn? Ah, der spielt rot Er spielt rot Ich habe Mediket drin Oh, komm Sie nie, nie, nie Sorry guys Oh Wo starten wir noch? System gedrosselt Oh, fuck Da haben wir hier nichts, oder? Da ist noch einer rechts System reaktiviert Auf Wiedersehen See you later Alter, habt ihr mich so die große Schnauze, du Lappen Hehehehe Ich frag mich grad, was dann auf Wiedersehen eine große Schnauze ist, aber Bye, bye, Conny Bye, bye Du wirst auch wieder eine neue Star in dem Video, oder? Okay, Mediket ist drin Nein, pass auf Oh, fuck Wie lange ich geschockt bin, einfach mal Ich hab noch ein Toxy brennt Klaus Wiedersehen, Bruder packt ihr doch ein bisschen mehr Schock rein Schockgesell ich geh wieder nach unten ich geh wieder nach unten Bruder hinter uns kommen auch noch zwei kommen wir hier runter Hitzke, komm rein MJ kommst du rein? Ja Feindliche Stecher Drohnenstock entdeckt Oh ist Feierabend Rote Verteidiger Drohne entdeckt Feindliche Verteidiger Drohne entdeckt Drei Schritte Ich zieh mit Ich zieh mit Ich muss mich an Sofortige Medizinstehende von euch Oh lauter Mushi Heute ist ein Notgurtschlautzer Hahahaha Ich hab doch meine Freunde geholt Junge Hahahaha Mushi Bye Bye Mushi Bye Bye Mushi Bye Bye Mushi Hahaha Ihr Mushi Bruder Geil Erzähl ruhig mehr Bruder Bitte, bitte Noch mehr davon El Chapo Ah Naja Bro, jetzt bist du berühmt Hahahaha Schwimmen jetzt Spiel Damage Oh 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 Ausgerutscht Geil Mir die Package bezogen Das war so Pass auf, pass auf Feindliche Stecher Drohnen Strick entdeckt Helikopter ist fast in der Wagerungszone Geist seiner Abträger Agent in der Nähe getötet Ausmengekontamin unter Ausrüstung Was ist los Bruder, hast du den Laufschuh angezogen oder was? Hahahaha Wolle 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 Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Er ist gestolpert Die Treppe hoch, Junge Wahrscheinlich Glaub ich jetzt mal schon in der Nähe Komm mal her hier dann Ohhhh Was happening? Einer liegt Reicht aber nicht Nee, hab ich gesehen Geh mal rein, geh mal rein Wo ist unser Team denn? Wo ist unser Team denn? Junge Junge, was macht der Typ da, Junge? Das sind echt die Schockboys, ne? Richtige Schockboys, ne? Geht mir die Gedanke Ja, kommt jetzt festgeklebt Ja, komm Junge, ey Der Scheiße ist lächerlich, ne? Ja, GG, GG Nice Schock, GG Was ist das Deckungsshooter, oder was ist das? Hehehe Hehehe He? Ah Jo Die Socken Nehmen wir jetzt mit dem Autopilot, mit dem Autopilot Scheiße, ich steppte uns da, Junge Nicht mehr aus dem Autopilot, oder? Die Socken 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 Trockenbrot 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 Warte, Odin, mach nichts Zu hart Oh, die ist nicht zu hart Weiß denn, wieso ran sie jetzt? Ne So es ist auch kein Drone Shot mehr dabei Ach jetzt kommen die Schecks, Bruder die sind schon auf bts da sind nur 40 dran macht den ganzen spaß hier nimmt uns wirklich ganz spaß ich glaube ich glaube er hat sich in swiss in den schock angeschossen selber die schnörsäcke nicht oder was Oh du bist ja ein Held. Nicht schlecht, ey. Cooler Füllung. Videobeweis. Ja, ganz toll, Alter. Ihr Held nicht. Uh, Jungs, schnell. Schnell. Geil. Oh, die ist echt witzig. Ja, sind noch zwei Stück oben hier. Direkt am Checkpoint. Oh ja, schön. Nice. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir die wegrennen. Ah, so ein Spontanation-Wall. Nice. Ja, ich hab mich hier, nicht? Oh, Schocky, 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 Schocky. Schocky, Schocky, Schocky. Two Lappen, ne? Ja, ha, 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 ha. Spiel Schock und schreit nach Lappen, Junge. Ohne die Scheisse jetzt, ne? Ja, ja, ja. Two Lappen, ne? Ah, Schock war leer, oder? Schocky, 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 Schocky. Schocky ist wieder leer. Oh, mein Gott, ist das ein Lappen. Solche Pisser, Alter. Solche Pisser, Alter. Solche Pisser, Alter. No, Schock, no Pisser. No, Schock, no Pisser. No, Pisser, Alter. Ja, du bist ein Lappen, in der Ausrüstung entdeckt. Wie dein Lappen, Alter. Ja, was ist los, du Schock, Superstar? War die Muniale, oder was? Radkartoffel. Ja. Ja. Ah. Hat sich so geschmeckt. Ah. 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 Mal's, Musi. Uncatch. Ah. Ah. Gelegter Kleine. Ja, cool. Roten, Schächer drohe ich doch. Ist gesetzt, der Dax. Macht keinen Sinn, den Checkmall zu gehen. Ach, toll. Zieber gesetzt, aber noch die. Ja, ja. Vier gegen Elm ist ein gesetzt. Genau die Held. Ja, ja. Schlimm, dem halt auch nicht zugeht, oder? Die ganze Zeit. Ja, ja. Das ist der Held. Das ist der Held. Ach, erzähl uns noch mehr. Komm. Komm, erzähl uns mehr. Jo, alles da. Jo. Gut getanzt. Ach, okay. Halt doch nicht den Wurm. Vier gewinnt. Ja, stimmt. Okay. Vier gewinnt. Roten Drohnenstock entdeckt. Was anderes weiß ich nicht. Oder was vor die Tür stellen. Also irgendwelche Helden, Alter. Geh doch ein anderer Checkmall raus zum Vogel, Junge. Ach, die Helden, Alter. Die Lappen. Wenn du nicht dran wirst kannst, dann stell dich halt vor die Tür. Trifft, dann bin ich die ganze Zeit schon, oder? Cool, Alter. Alter, Alter. Und die Lappen, okay. 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 No Shock, no Kill, what? Hälke Mülchis. Hälke Mülchis. Hälke Mülchis. Sag's der Paule. Jungs, aber was ist denn das für ein Vogel, Mann? hm. Sind so gleich ganz angepisst. Richtig, richtig, richtig angepisst. Ja. bis fünf stunden geschockt und dann waren sie lappen kann man so dämlich sein noch mal rauskommen ja wie kann man nur so dämlich sein und sich dort hinstellen wenn du nichts kannst